Ah, das ist so schön hier. Ja, das mit den Leveln, äh, ich würde auch gerne noch weiterleveln, das stimmt. Das wäre schön. Oh, Entschuldigung. Deswegen ist es manchmal gut, dass ich mich doch verlaufe, weil dann manche Gegner wieder spawnen und dann kann ich die nochmal besiegen. Wieso wurde eben, ähm, auf die Brüste von Tifa gesummt? Weil die schön sind. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Shinra wird sich Terroristen niemals beugen. Der Pfeiler ist augenblicklich zu räumen. Hier verlogen Schweine! Dort! Da ist der Valence! Halt! Nicht weiter! Scheiße! Shinra abschauen! Sie wollen Sektor 7 wirklich opfern? Nicht mit mir! Tifa! Warte doch! 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 Was macht ihr gerade so nebenbei noch? Warte! Warte! Warte doch! 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 Wauw! Ah, ich bin nicht mehr von Saktion. Ja, ich krieg's Ball in Style und freu mich auf April mit Revier und Boxen und hallo Nachtkoch! Das war's für heute. Geh, das tut aber! Es sind so viele! Eris! Gehen wir! Ich dachte, ich kann mal kaputt machen. Das ist Berrett! Wetch! Alles okay? Ach, Claude! Es ist Jinra! Sie wollen die Platte abstürzen lassen! Wissen wir! Ich muss zurück! Berrett und die anderen sind noch... Warte! Bleib bei, Wetch! Ich geh nach oben! Ich gehe auch! Ich kann doch noch kämpfen! Bix hat... ...mich beschützt! Wetch! Überlass das lieber, Claude! Ich verarzte ihn! Okay! Bix! Jessie! Barrett! Wetch! Bitte! Mach was tiefer dir sagt! Hm! Hm! Da bist du ja endlich! Ich werde etwas aufräumen! Bevor der Alleskönner hier auftaucht! Das ist eine coole Socke! Hm! Das ist doch hier durch! Das ist doch echt zum Haarenlaufen! Können die nicht einfach aufgehen! Nee! Ach, Bix Schienen! Ja, ja! Wow! Verdammt! Ich werde hier noch verrückt! Chor auf Intase 2 hier! Wie sieht's bei euch aus? Du gehörst voll auf zu Avalanche! Hier ist noch einer! Schick Verstärkung! Alleine fühle ich mich so ein bisschen schwach hier! Ja, genau deswegen! Ja, genau deswegen! So wird das nichts! Du bist der Lady! Du musst das werden! Ja! 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 Das hat sich gezogen! Ja. Pinnt dich auch. So, ein Heiltran geht noch. Denk dran, deinen Schwertkill zu nutzen zu... Was? Denk dran, deinen Schwertkill zu nutzen zu meistern. Ja, ich hatte die Attacke ja vorhin schon. Hab ich ja schon genutzt. Ich versuch's. Gibt es hier irgendwo ein Netz, oder was? Du laufst wohl, damit kommst du durch! Kann ich schaff' Oh, scheiße. Oh, scheiße. Du siehst, du Sterne. Kein Weg vorbei! Mit dir, zeig mich! Nimm das! Ich bleib' stark! Leite Festnahme ein! Ja, ja. Du entkommst nicht! Du hast keine Chance! Keine Gnade! Na dann. Ich muss mal gucken, wo der Hund ist. Ich versuch's, Sven. Wird schon irgendwie klappen. Auf der Flucht. Wird schon wieder raus. Das war's für heute. Bix! Verdammter Dreck! Hey, ist Wedge. Er wird versorgt. Keine Angst. Das ist ja gut. Sicher auf vier Pfoten gelandet. Nicht reden. Oben, geben Sie alles. Bitte, Cloud. Hilf ihnen. Und was ist mit dir? Ich kämpfe hier weiter. So ein paar hundertreißig noch mit. Bist nicht der Einzige, der was drauf hat. Eins noch. Der Helmchenhof. Das Waisenhaus. In Sektor 5. Geh doch. Mal hin und sieh nach. Nichts da. Das machst du selbst. Magst wohl. Keine Kinder. Genau. Wo du selbst noch. Einst. Bist. Für Glück, Cloud. Das Schicksal der Welt. Das Schicksal der Welt. Lastet auf dir. Ich komme zurück. Ich komme zurück. Nichts. Oh Mann. Hm. Ja, Sven habe ich auch gerade. Oh man. Ich habe immer Taschentücher, ja. Ich kann auch nicht so hart sein. Da kommen halt auch die Erinnerungen wieder hoch. Auf Nummer ansehen. Das war's. Oh ja. Ich bin bereit. Scheiße, ich glaube ich sterbe gleich. Das sollte reichen. Ich bin bereit. 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 Okay. Ich hoffe, der Chat funktioniert auch einwandfrei. Ich bin bereit. 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 Oh, wow. Genau. Cool. Hm. Vielleicht blüht, wenn man eine Aerith nicht bei hat oder noch jemand anders, der einen heilt. Hm. Hat ruhig alle Fieber mit. Oder zock nur selber. Ich wünsche viel Spaß beim Zocken, also alle, die gerade nebenbei noch zocken. Hey. Schuss! Minder, hilf an! Schuss. Feuer! Alles gehen. Ach, der putzt sich gerade. Ich wundere mich hier, was hinter mir so eine Geräusche macht. Ich habe Angst, selbst wieder Tränen auszubrechen. Das darf ich jetzt nicht. Ich muss stark bleiben. Also ich garantiere nicht, dass ich mal, dass ich stark bleiben werde. Also in dem gesamten Spiel, selbst wenn es dann endet oder so. Es kann auch sein, dass sich dann Tränen runterlaufen oder so. Also einfach, weil das Spiel für mich sehr viel Emotion hervorholt und verbinde damit sehr, sehr viel. Könnte auch schwach werden. War schon gerade der Moment. Ja, wenn es rauskommt, dann kommt es raus. Ich bin eigentlich nicht so, dass ich weine oder so, aber bei dem Spiel ist es, glaube ich, eh vorbei. Schlechte Schauspieler. Ja, Rino. Wee! Wee! Sieht nicht gut aus. Ihr Ruchlosen. Ihr Ruchlosen. Er lacht sich selber tot. Sie verlagt das selber weg. Eris. In der Nähe ist eine Bar. Der siebte Himmel. Dort wartet Marlene. Richtig? Keine Sorge. Ich werde sie finden. Hä? Hm, hm, hm. Na. Hm. Bring sie zur Bar. Okay? Überlass das mir. Ja, kümmere du dich um die anderen. Du kommst zurück, Oni-chan. Wir beiden verstehen sich wirklich gut. So cute. Ihr müsst von hier fliehen. Ihr müsst abhauen. Wir müssen hier durch. Anders kommen wir nicht zum Wallmarkt. Schnauze. Der Durchgang ist derzeit gesperrt. Tor, wir müssen hier durch. Verzieht euch. Wir haben unsere Befehle. Witch. Ich bin noch echt zu nichts Nütze. Das stimmt doch nicht, Witch. Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein. Damit wir später nichts bereuen. Und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Oh, ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten. Kapiert ihr? Ich will später auch nichts bereuen müssen. Komm schon. Hier lang. Schnell. Worte. Witch. Zum siebten Himmel geht es hier lang. Richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite. Ich hole Marlene. Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit. Sehr gut. Bitte, schnell. Bringt euch in Sicherheit. Die Platte stürzt ein. Ihr müsst hier weg. Schnell, ihr müsst weg. Fünf oder sechs. Da seid ihr sicher. Der Sektor wird evakuiert. So. Ich gehe mal kurz den Hund runterbringen. Oder willst du nicht? Er hat sich wieder hingelegt. Okay. Ich dachte, der wollte nämlich... Ist nämlich zur Tür gegangen. Hallo, Eduard. Ich wünsche auch frohe Ostern. Und mir geht's gut. Und mir geht's gut. Ihr müsst schnell von hier fliehen. Und zwar weit weg. Hm? Warte mal. Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt. Noch ist er es. Aber... Die Platte wird einstürzen. Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los! Leitet die Evakuierung ein. Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Gehörst du auch zur Avalanche? Nur ne Freundin. Dann sag doch bitte tiefer, dass ich draußen auf sie warte. Ich dich dort anser. Ich bliebe das. Ich bliebe das. Ich binggiä Na los Statistics